Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Sonntag oder einen schönen anderen Tag, je nachdem wann ihr dieses Video schauen werdet. Schön, dass ihr wieder hier seid oder schön, dass ihr zum ersten Mal hier seid auf meinem Kanal. Ich bin Mala und hier geht es um meine persönliche Heilungsgeschichte von NBCFS. Ihr kennt das sicher auch, diese gut gemeinten Kommentare von Freunden, Familie, dem Umfeld, sowas wie, sei doch nicht immer so negativ, denk einfach positiv, dann wird es dir auch besser gehen. Andere Menschen haben es viel schlimmer als du, einfach lächeln, lächel doch mal mehr, freu dich doch mal mehr und und und. Oder wir alle kennen wahrscheinlich auch diese Haufen von Zitaten, die wir auf Instagram finden, wo einem suggeriert wird, solange man mutig und positiv und gut gelaunt ist, dann wird alles gut und man kann alles schaffen, good vibes only. Allein dieser Satz, good vibes only, ich meine, das ist so ein Spruch, der passt maximal vielleicht an die Wand, als so ein Wandspruch in einem Café, wo man mal zwei, drei Stunden eine nette Atmosphäre verbringt, da kann man vielleicht good vibes only sagen, aber good vibes only im Leben, ganz ehrlich, ist es doch einfach realitätsfern. Das alles zählt zu toxischer Positivität und darüber möchte ich heute mit euch reden. Wie kann denn eine positive Einstellung überhaupt toxisch sein? Wir haben ja jetzt gelernt, dass für die Heilung von ME-CFS oder auch generell für Heilung von chronischen Krankheiten, wahrscheinlich eigentlich von jeder Krankheit, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man eine positive Einstellung hat, also ein grundlegendes positives Mindset, einen Fokus auf die alltäglichen, schönen Dinge, eine gewisse Dankbarkeit. Jeder, der hier, auch wie ich, auf diesem Heilungsweg von ME-CFS ist, der wird das mittlerweile mitbekommen haben, dass das tatsächlich die Grundlage ist. Aber Positivität kann eben tatsächlich auch giftig werden. Und ich habe diese Erfahrung gemacht am Anfang, als ich so richtig, richtig krank geworden bin und zum ersten Mal meinen Fokus gerichtet habe auf Heilung bzw. Genesung von ME-CFS, mich also zum ersten Mal mit was anderem beschäftigt habe, als quasi nur diesen Horror-Stories und rausgekommen bin aus dieser Denkart und Weise, dass das jetzt hier die Endstation meines Lebens ist. Da habe ich eben zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, neben den ganzen guten Erfahrungen, also den mutmachenden Geschichten, den mutmachenden Kontakten, dass es eben irgendwie auch Ansätze gibt und auch Menschen, die diese Ansätze verfolgen, die ganz starr und strikt ausschließlich positiv denken. Also nicht nur positiv denken, sondern alles in positives Licht tauchen, quasi in so einer Art rosa-roten Bubble leben und einem auch wirklich verklickern wollen, dass nur so, nur wenn ich diesen ganz starken, positiven, glücklichen Vibe habe, immer 24-7 und in jedem was Gutes sehe, dass nur dann kann ich ja gesund werden. Anders wäre das ja gar nicht möglich. Und ich habe festgestellt, dass diese Personen quasi gar keine anderen Emotionen zulassen, außer, dass eben alles gut und toll ist und dass alles ja nur eine Entscheidung sei. Und wenn ich ganz doll positiv denke, dreht sich sowieso alles zum Guten. Also diese Menschen haben wirklich dieses Good-Vibes-Only-Prinzip. Und das zu sehen, hat mich damals extrem getriggert. Zum einen, weil ich mir dachte, Menschen, die so einen Ansatz verfolgen, nehmen die Dinge überhaupt wirklich ernst, nehmen die auch diese Erkrankung überhaupt wirklich ernst. Auf der anderen Seite habe ich mir aber gedacht, ja scheiße, was wenn das wahr ist, ja was, wenn ich jetzt hier wirklich so eine voll andere Person werden muss, um gesund zu werden. Und was, wenn das stimmt, dass man quasi nur mit so einem Ansatz, nur mit so einer rosa-roten Brille, die man die ganze Zeit trägt, was, wenn das tatsächlich hier der Schlüssel zur Heilung sein soll, das schaffe ich nicht, das bin ich nicht. So ein Mensch kann ich nicht sein und so ein Mensch will ich tatsächlich auch nicht sein. Good-Vibes-Only, da sehe ich mich nicht drin. Tut mir leid. Und das Ding ist, dass ich mich ja nicht gegen Veränderung gewährt habe und auch überhaupt nicht wäre. Ich verändere mich die ganze Zeit. Ich möchte auf jeden Fall mein Leben ändern, auch Teile von mir selbst ändern, um gesund zu werden, aber eben auch, um danach ein gesundes Leben führen zu können, weil ich definitiv krasse, selbstzerstörerische Prozesse früher an den Tag gelegt habe, Verhaltensweisen, also toxische Verhaltensweisen. Aber ich habe nicht eingesehen und ich konnte mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass das, was ich da gesehen habe, dass dieses, ich verbringe jeden Moment meines Lebens mit einem Lächeln im Gesicht, dass das die Lösung sein sollte, das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Und ich habe das tatsächlich ganz kurz ausprobiert, weil ich mir dachte, come on, give it a try und habe versucht, mich irgendwie so krampfhaft positiv einzustellen. Bin natürlich kläglich gescheitert und habe mich dann irgendwie dafür interessiert, wieso das dieses ganze Konzept eigentlich gar nicht sein kann. Und deswegen möchte ich euch heute sagen, warum es wirklich überhaupt gar nicht nötig ist und eben sogar extrem toxisch ist, wenn man eine krampfhaft auferlebte, positive Einstellung fahren will. Und der erste Fakt, warum es schlecht ist, so eine toxisch-positive Einstellung zu haben, ist, dass Emotionen automatisch gewertet werden und man anfängt einzuteilen in negative Emotionen und positive Emotionen. Und eigentlich sind Emotionen aber wichtige Botschaften, die uns gesendet werden. also Wut, Trauer, Freude, alles, was wir empfinden, ist immer eine Message an uns, die wir eben annehmen sollten, hinterfragen und verstehen sollten und die uns dann eben in ein Handeln bringt. Und wenn wir dann aber kategorisieren, dass bestimmte Emotionen auf jeden Fall negativ sind und ich klammere mich nur noch an diese positiven, dann überhöre ich meine innere Stimme und eben auch meinen inneren Kompass. Und das Unterdrücken dieser Gefühle, die so, so wichtig sind, um uns selbst zu reflektieren und zu verstehen, um auch zu wachsen, das führt dann natürlich dazu, dass wir eigentlich gar keine wirkliche Entwicklung machen. Das heißt, Punkt zwei, Persönlichkeitsentwicklung kann dann nicht mehr stattfinden. Punkt drei ist, dass man sich mit einer toxisch-positiven Einstellung definitiv von der Realität entfernt, weil es ist nämlich einfach nicht so, dass alles immer super und toll und rosarot ist. Und das Ding ist, das muss es auch überhaupt gar nicht sein. Wir brauchen diese Kontraste, das Leben besteht aus Kontrasten. Und es ist einfach nur absolut verblendet, wenn man rumrennt und versucht alles und jede Sache und jede Situation positiv zu werten. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie das Gegenteil von Paranoia. Ich meine, bei Paranoia sehen wir in allem Gefahr und schlagen überall Alarm und sind nicht mehr fähig, rationale Entscheidungen zu treffen. Und das Gleiche passiert bei einer toxisch-positiven Einstellung eigentlich auch. Das ist sowas wie so eine positive Paranoia. Und wenn ich alles nur noch gut und schön sehe, kann ich auch keine rationalen Entscheidungen mehr treffen. Und da sind wir, finde ich, beim nächsten Punkt. Rationale Entscheidungen zu treffen, während man heilt von einer Krankheit und Sachen auch mal aus einer gewissen Objektivität heraus zu betrachten, ist so, 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 so wichtig. Eine Sache wie MECFS ist ja auch so etwas wie eine Krise. Und in Krisensituationen braucht man einen klaren Kopf, genauso wie es da eben schädlich ist, in diese Gedankenspirale zu verfallen, von Gedanken, die einen nur runterziehen, man alles schlecht und trüb sieht und jammert und keine Hoffnung mehr entwickelt. Genauso schlecht ist es eben, seine Objektivität auch zu verlieren und alles nur positiv und gut zu sehen. Weil auch das wird uns nicht dabei helfen, gute Entscheidungen für unsere Heilung zu treffen. Und zu guter Letzt, seien wir doch mal ehrlich, es kostet doch immens Energie, von der wir sowieso total wenig haben, die ganze Zeit so ein Happy Life, alles ist cool, positiv, glücklich, positiv denken, alles wird gut, das die ganze Zeit aufrecht zu halten. So etwas verbraucht und schluckt einfach wertvollen Treibstoff, wertvolle Energie, die wir dringend benötigen und die wir einsparen müssen. Man muss sich einfach nicht permanent in den Arsch treten und permanent motivieren und permanent, jetzt musst du mal positiv, jetzt mach mal hier und da. Das ist eine Form von Stress für den Körper und jeder, der was anderes behauptet, der irgendwie meint, ja, er kann zu jeder Tages- und Nachtzeit jeden Tag glücklich aufstehen und immer glücklich und fröhlich und positiv sein, kann ich nicht abkaufen und ist meines Erachtens weder gesund, weder natürlich, weder realitätsnah noch irgendwas. Es ist nicht förderlich, es gilt es zu vermeiden. Und ich sage das heute und ich möchte eben darüber sprechen, weil, falls ihr sowas bei euch erlebt habt, dass ihr euch dafür kritisiert habt, dass ihr nicht positiv genug seid, dass ihr vielleicht auch so Gedanken hattet wie ich, oh Gott, ich muss jetzt hier alles komplett an mir verändern, ich darf nichts mehr anderes zulassen, außer tolle, gute, glückliche Gedanken, obwohl ich hier gerade durch so eine Krise gehe und obwohl ich die schlimmste Zeit meines Lebens habe. Und ich möchte euch einfach sagen, nein, es ist nicht nötig, es ist nicht nötig. Ihr dürft euch zurücklehnen, ihr dürft jede eurer Emotionen spüren, ihr sollt sie sogar spüren, Emotionen zulassen, ihr sollt sie reflektieren, verstehen und ihr sollt daraus wieder in ein Handeln kommen. Wir sind doch hier, um uns zu entwickeln. Wir sind nicht hier, um ein komischer Party-Animateur unseres eigenen Lebens zu sein. Also bitte. Und ganz ehrlich, ich sage es wirklich ganz ehrlich, es gibt Seiten an mir, auch dunkle Seiten. Ich habe zum Beispiel auch eine ganz, ganz starke melancholische Ader und das ist etwas, was ich trotzdem an mir liebe, was mich ausmacht. Und teilweise zelebriere ich diese Melancholie wirklich. Und ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht abdrifte in so eine Art Weltschmerz, Depression und auch in so einen Jammern abrutsche. Klar, da muss man dann wieder eben zurück in die Objektivität. aber ich möchte diese Seite an mir nicht missen und auch andere Seiten, auch aggressive Seiten, die natürlich sehr, sehr, sehr stark mich schädigen können, können aber auch, wenn ich sie eben reflektiere und wenn ich verstehe, können wieder progressiv wirken. Ja, Aggression kann zu Progressionen werden. Und bevor ich jetzt hier ins Labern komme, nehmt euch den Druck, ja, ihr müsst nicht pausenlos positiv sein. Um Gottes Willen, bitte lasst das sein. Wir sind hier in einer Krise, wir geben unser Bestes. Natürlich wollen wir uns auf die schönen Dinge konzentrieren, die uns geblieben sind. Aber wir wollen vor allen Dingen auch fucking in der Realität bleiben. Und das Glück, das positive Denken und die Freude und das kommt natürlich auch alles wieder von alleine. Ja, je weiter wir voranschreiten in unserer Heilung, je mehr wir zu uns selbst finden, je ehrlicher wir mit uns selbst bleiben, desto mehr breitet sich auch eine gewisse Ruhe aus, desto mehr kann wieder Zufriedenheit entstehen, desto mehr kann sich Glück aufbauen und, und, und. Also toxische Positivität, weg damit, wollen wir nicht haben. Und wenn ihr aufstehen wollt manchmal und einfach denkt, boah, ist alles kacke, dann ja, ist es halt. Das ist auch manchmal alles kacke. Ihr wollt nicht wissen, wie oft ich hier rumlaufe und irgendwie denke, boah, nee, habt gar keinen Bock mehr. Weil auch dieser Ansatz hilft uns wieder, neue Motivation oder neue Zuversicht und neues Vertrauen in uns darin, dass wir auch irgendwann gesund werden, zu bilden. Und dann möchte ich noch mal ganz kurz was zu dem sagen, was ich am Anfang des Videos erwähnt hatte, zu Kommentaren von Außenstehenden, zu unserem Zustand, unsere Erkrankung oder zu unserem Umgang damit. Wenn wir nämlich wissen, was toxische Positivität ist und wenn wir mit uns selbst im Reinen sind und auch wissen, dass es überhaupt nicht nötig ist, permanent positiv durchs Leben zu tanzen, dann können wir mit solchen Kommentaren besser umgehen. Wir können das aufdecken, einordnen und es wird uns nicht mehr so doll triggern und es wird nicht so doll in uns herankommen, wenn wir merken, okay, das ist ein toxisch-positiver Kommentar, alles klar, packe ich weg. Und wer möchte, kann die Person auch definitiv darauf hinweisen, bin ich ein großer Fan von, dass man ihm auch ganz klar sagt, dieser Kommentar geht in die falsche Richtung, ich weiß, wie ich mit mir umgehe, ich brauche deine nicht fachliche Meinung dazu nicht und einfach auch die Leute darauf hinweist, dass das absolut nicht förderlich ist und auch respektlos uns gegenüber, weil die Personen ja überhaupt gar nicht wissen, wo man auch durchgeht und was es mit dieser ganzen Sache hier auf sich hat, was es mit einer chronischen Erkrankung auf sich hat. Und ihr werdet wahrscheinlich auch entdecken, dass es Menschen in eurem Umfeld gibt, die euch bestärken und euch sagen, hey, es ist okay, dass du alle deine Facetten zeigst, ich erkenne an, wo du durchgehst, kann ich dir vielleicht bei etwas helfen, möchtest du dich vielleicht mal aussprechen, mal ausweilen, ich bin da für dich. Also es gibt ganz, ganz viele Menschen, die ein großes Verständnis haben, ja, man muss sich also nicht unbedingt mit den Kommentaren oder den Menschen, die diese toxisch-positiven Kommentare abgeben, näher befassen oder beschäftigen. Wenn ihr also wisst, was toxische Positivität ist, dann könnt ihr einen Kompass aufbauen, um aufzuspüren, wann immer ihr vielleicht so eine Facette an euch selbst entdeckt oder eben, wenn ihr das bei anderen Leuten entdeckt. Mein Fazit für heute also, entspannt euch Leute, lasst eure Emotionen für sich sprechen, deutet eure Gefühle, lasst eure Gefühle raus. Und an der Stelle möchte ich noch kurz eine Buchempfehlung aussprechen, gibt es auch als Hörbuch The Intelligent Body von Kyle Davies. Da geht es eben auch genau darum, in Bezug auf Chronic Fatigue Syndrome, also auf ME-CFS, wie wichtig es ist, Emotionen zu verstehen und die Sprache der Emotionen. Also kann ich sehr ans Herz legen, habe ich mir auch angehört als Hörbuch, wer sich näher mit dem Thema befassen möchte. Das war es für heute. Ich freue mich auf eure Kommentare oder Nachrichten. Sagt mir gerne, was eure Erfahrungen mit toxischer Positivität sind und lasst wie immer einen Daumen oben da, wenn euch das Video gefallen hat und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut!